Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Destiny-Exit-Projekts. So, geht direkt noch weiter hier. Und wir müssen Bösschen uns beeilen. So, dass Dinger hinten fertig kriegen. Da sind schon wieder Bladesports, Alter. Komm, die müssten ja nicht mal her. Da geht einfach mal hinten, sterben im Wasser. Genau, du gehst einfach da oben sterben. Und du gehst da drin sterben. Fertig. So, wir müssen nämlich noch das restliche auskündeln hier. Das soll ja funktionieren mit den Spinnen ein bisschen, so mit den Seilen. Damit können wir große Big Packs machen. Und Spinnenauge zum Brauen brauchen wir alles noch. Dann brauchen wir irgendwie noch Pilze zum Farmen. Also Pilzfarmen irgendwie bauen. Und eine Sugar-Camp-Farm. Für Zucker mit verfermentiertes Auge basteln können. Und ich muss ein Ohr immer auf das Geräusch der Lohnen abwarten, weil die sind auf jeden Fall lästig, die Mistviecher. Boah, diese Amadillos da oben, die kungeln sich da auch richtig zusammen. Die haben doch einen Schaden. So, weil das wird nämlich unsere Mob-Farm, weil eigentlich sind die ja immer komplett fertig. Aber wenn das halt nicht unendlich ist, ist das jetzt auch nicht so schlimm. Dann werden wir halt irgendwo anders hinstellen. Das ist jetzt erstmal nur für den Anfang. Hier soll dann halt ein Ring aus Glas bestehen und wir können die dann einfach unten hin zusammenkloppen. Gehen wir nochmal weiter runter. Also wie gesagt, ich versuche immer zwei Folgen pro Tag rauszuhauen. So 30 Minuten, dass ich halt nicht auf den aktuellen Stand, das schaffe ich auf jeden Fall nicht, weil ich sowieso alleine bin. Und das ist jetzt gerade nicht möglich, aber halt so die Folgen ein bisschen mehr rausballern oder halbe Stundenfolgen, je nachdem, kann ich auch machen. Aber das wäre natürlich auch in einem Aufwand für mich, halbe Stunde hochzuladen. Also 2x15 ist dann etwas einfacher. Und außerdem guckt sich das ja sowieso kaum eine an. Eine halbe Stunde ganz Minecraft, da kann man auch sagen, komm was, 2x15 Minuten. Natürlich habe ich dann auch zwei Folgen mehr, aber dann kommt wieder die Aussage, oh du bist so abogeil und so. So, nein, das bin ich nicht. Ich warte ja immer nur auf diese Hates. Ich bin ja darauf gespannt, dass sie immer kommen. Nunjot, 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 nunjot. Mein Plan ist auch geschmiedet, welche Stadt als erstes angegriffen wird, aber der wird noch nicht verraten, weil da können ja Leute zuhören und sagen und müssen sich dann verteidigen und müssen dann Angst haben und müssen sich dann suchen. So. Hatte ich das nicht vorher schon? Tschüss. Oh. Oder ist das... Hatte ich das schon? Das Lied hatte ich glaube ich nicht, aber das andere von Yoshi hatte ich doch vorher gehabt, beziehungsweise von Mario. So. Cobblestone haben wir, die können wir auch schon gleich direkt nutzen. Amadillos, Rhinos, Rhinos und Dach. Wie viel Kohle ist hier drinne? Warte, wir können erstmal eins, zwei, drei, vier, paar Sechs hier reinwerfen. Dann soll das mal laufen. Hier ist doch keiner reingedampelt. Nein. Dann können wir oben ein bisschen Erde ab... Äh, Erde, Sand. Sand wegbuddeln. Da brauche ich nämlich noch etwas von. Lalalalalalalala. Boah, ich wie gesagt, das Smeltwee, die ging eigentlich etwas schneller, aber da habe ich gerade keine Zeit zu. Wenn ich nämlich mehr Leute wäre, wäre es einfacher. Einer geht Sandfarben an, dann macht da unten schon das Loch fertig, aber... Wir können nicht alles haben, deswegen... Machen wir das einfach so. Dü, 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 dü. Hallo, Mr. Rino. So, an die Etage weiter runter. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo brauche ich auf jeden Fall Fläche? Hier, hier kann ich auf jeden Fall Fläche schon mal wegmachen. So, dann kann ich hier nämlich weiter das Feld aufbauen und um Feld wird dann halt alles andere gebaut. Ja, Hauptsache, ich weiß nicht... Warum sind die Monster so dumm und bleiben dann am Kaktus stehen? Das verstehe ich bis heute noch nicht. Und tot. Naja, egal. Das ist nicht meine Schuld. So. Ich weiß ja gar nicht, was man mit diesem komischen Fleisch machen kann, was man ja auch immer kriegt. Dieses hier, die Small Heart. Kann man das für irgendwas benutzen? Kann man das essen hier? Sold. Ich weiß es nicht. Wenn mir das einer sagen kann. Ob man das hier irgendwas benutzen kann. Ja, die Slouch Heart. Keine Ahnung. Kann man das essen? Your unfilly tea heart. Ja, keine Ahnung. Sollen wir das mal ausprobieren? Boah, wie viele Rhinos, Alter. Ich hab gleich Rhinos im Haus. Rhinoparty. Da kommt der nächste, glaub ich, gleich angeflogen. Wo aus? Alter, du altes Trampeltier. Komm mal hier runter. Blöde Arschgeil, du. Ach hier. Die können einfach so drüber steigen, oder wat? Voll die Trampeltiere sind das doch. Die wollen jetzt hier Stress, oder wat? Mit zu Stress? Mit zu Stress? So, Salz. Dann kann man hier so ein Herz machen. Dann kann man jetzt die Stecken. Dann kann man die jetzt essen. Was kann man damit machen? Hallo? Kann man hier Tiere sagen, ja, hallo. Ich weiß es nicht. Sollen wir mal einer klären hier? Ich weiß nicht, was man nicht machen kann. Scale, keine Ahnung hier. So, da kann man mal ein bisschen Fleisch braten. Die hier noch. Zwei davon noch. Das brauche ich gerade nicht hier. Oh, die Lohnruten hier wieder. Waren jetzt auch noch welche drinne? Hä? Waren jetzt da unten auch noch drinne, oder wat? Ja. Sollen doch mal hier rein. Das ist doch alles falsch hier. So, die kommen alle hier rein. Nein, das Fleisch. Ach so, das Fleisch. Das kommt jetzt wieder eine Etage runter. Und dieses Teil, keine Ahnung. Muss ich mal bei der Wiki nachschauen. So, Fleisch kommt hier oben rein. Ja, da sitzt gerade alles fest. Und dann soll es mein Backe-Backe-Kuchen machen. So, wir haben nur ein paar Brote haben wir noch. Wie gesagt, ich warte eigentlich hier aufs Feld. Und dann muss ich hier noch das alles fertig machen. Das können wir nämlich auch direkt auch weitermachen. Weil je mehr Platz ich dafür schaffe, habe ich dann auch hier im Fall mehr Weizen, was wir anbauen können, beziehungsweise abbauen können, damit das schneller geht. Und Knochen brauche ich sowieso im Allgemeinen auch sehr viele. Denn für die Bugsfit-Schwamen lohnt sich das nämlich mit den Knochen. Aber da muss ich, wie gesagt, Tower durchsuchen oder sowas. Welche in der Nähe sind vielleicht. Aber ich sehe keine in der Nähe. Oder dann halt ein Portal da hinbauen oder sowas mit einem Wift. Müssen wir mal schauen. Oder mich da halt mal ein paar Minuten oder eine ganze Folge hinstellen. Das kann ich auch für einen Speed-Up machen können. Muss ich auch mal nachfragen. So. Sand brauchen wir. Ich weiß gar nicht, ach für Sand hatte ich. Genau, für Sandstone. Für Sandstein. Der soll das ja alles ausschmücken mit einem Glas für später. Obwohl ich auch das normale Glas nehmen kann. Das ist eigentlich relativ egal. Ich muss nur sagen, wie viel ich davon brauche, weiß ich auch noch nicht. So. Ob mein Glas eigentlich auch Schwachsinn wäre. Muss ich mal gucken. Wie ich das mache. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Was ich sicher bin, ist, dass ich das auf jeden Fall wegmachen muss. Und das auch nicht so viel. Zwei, drei Etagen baue ich auf jeden Fall. Oder vielleicht mehrere davon von den Feldern. Dass ich die unterschiedlich steuern kann. Das weiß ich auch noch nicht. So, eins, zwei, drei, vier. Sensor, Sensor, Sensor. Und im normalen Sand einmal noch ein Stack hier. Komm, einmal hier Sand haben wir. Ein Stack, zwei Stacks. Die tun wir euch auch auf jeden Fall schon mal verbrennen. Rein damit. Wie viel Kohle ist noch drin? Ja, Kohle sollte noch reichen. Zumindest kann ich da ein paar Blaze-Porter reinpacken. Habe ich auch noch genug von. Segen sei es, habe ich ja genug dadurch. So wenig Sends dann. Wolle ich ja schon wieder brutzeln. Wow. Alter. Na, du willst dich doch nicht mit mir anlegen, oder? Hau mal der los. Antacke. Hau mal der los. Antacke. Jo. Ist klar. So, der auch noch. Der auch noch. So. Weiter geht's hier. Im Spiel. Warum? Warum gleich so viele? Ist klar. Habt ihr alle getrunken, habt ihr? Geh mal wieder ins Wasser da hinten. Jo. Ach, die Spinne ist so mächtig. Oh, oh. Hose. Ah, die hat nur weakness. Alles klar. So, das ist schon mal weg. Ich glaube, ich sollte mal... Na, noch einer. Ah ja, ist gut. Geh sterben. Ich weiß gar nicht, wie der Random hier die Musik macht, weil das sind 500, irgendwas mit 500 Tracks. Wenn ich jetzt alle durchlaufen würde, wäre ja auch natürlich langweilig. Das könnte ich bei Globo beim nächsten Mal machen, wenn jetzt wieder die Musik inzend ist. So, ich muss da oben hin. Komm ich da so? Ja. Nein, 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 nein. So. Nein. So, da muss ich hin. Jetzt machen wir das hier auch noch. Das muss doch auch schön aussehen. Können wir auch noch ein bisschen Cobblestone formen, dann haben wir unsere Monsterfarm sozusagen. Ich weiß nicht, die vorher erst die erste oder so. Das weiß ich auch nicht ganz genau. Also, sonst müssen wir irgendwelche Spawner in irgendwelchen Höhlen suchen, beziehungsweise in irgendwelchen Minen. Die sind auf jeden Fall unendlich, das weiß ich. Die weiß ich, da bin ich nicht immer 100% sicher bei den Spawnern hier. Kann man nicht genug wissen. Ah, da ist unsere Spitzhacke. Da würde ich auch sagen, was war das? Was ist das Stake? Hey, wo habe ich denn das Stake her? Hat das irgendeiner gedroppt? Komisch. Platz habe ich noch. Kohle! Jawoll, Kohle, Kohle, Kohle. Man muss jetzt auch wieder aufteilen, welche Kohle, wo ich reinpacke. Das weiß ich noch nicht ganz genau. So. Dit. Weiter jetz, weiter jetz. Alter, willst du mich boxen, oder? Das war jetzt nicht nett von dir. Jetzt hätte ich nicht von dir gedacht, dass du mich angreist. Nein, 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 nein. Nein. So, die Reihe auch wegmachen, ne? Habe ich ja ganz vergessen. Die jetzt nicht. Das wäre jetzt unnötig. Aber hier, die hier. Da drüben noch welche? Ja, da drüben sind auch noch welche. Verdammt. Ich folge es gleich schon mit der Zende. Nein. Ja, Alter. Was ist das denn wieder für ein Vetter da vorne? Komm mal her. Na wo ist er? Da unten. Na wo ist er? Na, da, 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 da. Da, 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 da. Dankeschön. So, du gehst auch mal im Wasser baden. Das gleiche tue ich nämlich jetzt auch. So. Fue so weit, Helm. Nice. Dann gehen wir mal eben schnell nach Hause hier. Hier die Rüstung reinschmeißen. Hier, was ich nicht brauche. Das kann weg. Das kann weg. Irgendwelche komischen Sachen, die können weg. Also Monster. Monster, 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 Monster. Fleisch. Das kommt hier gar nicht rein. Immer die falsche. Monster, 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 Monster. Monster. So, da oben noch. Äh. Da noch rein, dann würde ich mich ja auch ausloggen. Und, äh, würde sagen, ich hoffe es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer FlashDotP und tschüss.